Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Gsaug. Heute der zweite Vlog. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich würde sagen, geschafft. Ja, ich hatte heute Morgen so einen kleinen Tiefpunkt, wo ich gedacht habe, jetzt im Vlog, man habe ich gar keine Lust drauf. Aber jetzt kommt so die Sonne raus und jetzt habe ich wieder voll Lust dazu. Und wir werden nachher auch mal rausgehen, ein bisschen im Schnee rum springen und spazieren gehen. Und darauf freue ich mich schon. Jetzt ist erst mal Frühstücken angesagt und mein Vlog. Also wir werden hier nachher wieder auch ein Video anschauen. Ich habe auch schon was rausgesucht. Und ja, Fallout ist heute. Fallout-Tag. Ganz viel. Bis mittags oder so. Mal schauen. Und gestern hatte ich ja VR-Videos gemacht. Hat auch richtig Spaß gemacht. Ich musste erst das wieder alles so ein bisschen einstellen. Irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert. Die eine Box da oben, die da, sieht man das? Ja, da. Genau, diese Box, die wollen da nicht so richtig. Da musste ich irgendwie ein Feinware-Update machen und dann hat das auch nicht so richtig hingehauen. Und das war richtig blöd. Das hat irgendwie genervt. Das hat dann bis 10 oder so gedauert. Und dann konnte ich erst richtig Aufnahmen machen. Aber ich habe drei, vier, fünf Videos, die ziemlich gut geworden sind. Also VR-Videos, die ich dann demnächst auch online bringen werde. Könnt ihr euch dann ja auf dem Let's Play-Kanal anschauen. Und zwar einmal Job-Simulator und Counter-Fight. Das war echt krass. Da bin ich auch sogar richtig ins Schwitzen gekommen. Das war, das war echt heftig. Also das hätte ich nicht gedacht. So, ja, das ist es alles. Wir schauen uns das Video an. Das, äh, ja, ein lustiges Video. Und anschließend machen wir dann, äh, ja, spazieren. So, let's go. So, meine lieben Freunde. Heute wieder ein lustiges Video. Ich bin schon gespannt. The best Airhorn Prank. Airhorn? Das ist dieser... Das weiß ich. Und, ähm, das sieht auch schon sehr, sehr lustig aus, wie er da steht, ne, am Pool und hinten der mit der Tröte. Aber schauen wir einfach mal selber rein. So. Das tut doch auch weh, dude, man. Wow. Wow. Ah, wie geil. Nice. Oh, f*** ist der Bild. Oder? Boah. Der Schlinger ist weg. Ich hab mir da mal kein Glas drin. Oh, Mann. Das war bestimmt die dritte Woche. Er hat ihn doch gesehen. Ja. Ja, lustiges Video. Auf jeden Fall lustiges Video. So eine Ruppe bräuchte ich auch mal. Ach, hier habe ich so schreckhaft. Die hassten mich danach, glaube ich. Aber könnte man trotzdem noch was probieren. Aber pssst. So, ähm, ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, jetzt gehen wir vielleicht noch ein bisschen raus oder so, oder? Ja. So. Wir sind gerade mit den Hunden Gatschi. Mann, es liegt so unglaublich viel Schnee. So unglaublich viel Schnee. Aber das Wetter ist so schön. Und das sind die Hundis. Sagt mal Hallo. Sagt mal Hallo. Sagt mal Hallo. Sagt mal Hallo. Das ist ja voll krass. Wie tief der Schnee ist. Das ist so heftig. Und es ist so anstrengend. Da hochzulaufen. Oh, Mann. Und wir gehen noch weiter. Okay. Ein Schritt nach dem andern. Ein Schritt nach dem andern. Boah. So perfekt. Perfekte Schnee. Nicht Schnee essen, du Dödel. Wauw. Bei mir ist, du, du, ein Schnee, Mann. Nee. Nicht... Ein Schneeball. Fick ist das. Oh. Geht's. Fack ist das. Geh mal weg. Wunderhin, du bist ein Tod. Ich kann dich in die Hunde deswegen eingefallen. Naja, sehr viel größer wird er nicht. Ist ziemlich pulbrig. Jetzt bin ich mal schneller als der Hund. Die Amy ist schlau. Hilfe Hund! Oh wie schön. Schau mal. Ja, ich habe eine Schlange gemacht. Ja. So, gehen wir heim, oder? Ja. Ja, das hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Boah, cool. Ja, was auch immer schön ist, wenn das Wetter so super ist. Also Sonnenschein, Schnee, das ist einfach so eine Kombination, die traumhaft einfach ist. Ich weiß nicht, das hat was Magisches. Ich bin jetzt nicht so der Mensch, der gerne Kälte mag oder sowas. Auf keinen Fall. Ich bin eher der Mensch, der es gerne warm hat. Aber im Winter muss einfach Schnee sein. Und wenn dann die Sonne scheint, traumhaft. Das liebe ich total. Also es gibt nichts Schöneres. Wenn man dann auch noch die richtige Kleidung an hat. Wir haben ja so schöne Skiklamotten. Sich dann schön in den Schnee zu schmeißen. Was kann es Geileres geben? Ne, wirklich. Also wirklich sehr, sehr, sehr cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich schon auf morgen, weil die ganze Woche soll so werden. Also wenn ich das so richtig verstanden habe. Und das ist natürlich schön. So. Wir sind fertig mit dem Video für heute. Oder? Ja. Morgen. Neues Video. Mal gucken, was wir da machen. Und ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Habt Spaß. Bis bald. Peace.